Hey Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Toaster-Tests an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. 5. Produkt auf der Liste ist der Braun Multi-Quick 3 HT450. Der Braun Multi-Quick 3 HT450 Toaster ist das perfekte Gerät für jede Küche. Er verfügt über einen separaten Brötchen-Effsatz zum Backen von Brot, Brötchen oder Croissants und hat ein wärmeisoliertes Gehäuse für mehr Sicherheit und einen niedrigen Energieverbruch. Dank der herausnehmbaren Krümel-Schöplade ist das Gerät leicht zu reinigen und die stufenlos einstellbaren Toast gerade sorgen dafür, dass Sie Ihren Toast genauso bekommen, wie Sie ihn mögen. Außerdem schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn es fertig ist, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihr Toast verbrennt. Wenn Sie diesen neuen Toaster kaufen, ist er wahrscheinlich neu und glänzend. Er wird mit einer Schutzfolie auf der Außenseite geliefert. Sie sollten diese Folie anlassen, bis Sie den Toaster nicht mehr benutzen. Der Grund dafür ist, dass die Heizelemente im Inneren des Geräts beschädigt werden können, wenn Sie sie nicht richtig verwenden. Nächstes auf Platz 4 kommt der Russell Hobbs 18951-56. Der 18951-56 und 50 Colors Toaster von Russell Hobbs ist das perfekte Gerät für Ihr Frühstück. Mit den sechs einstellbaren Bräunungsstiffen des Toasters können Sie Brote, Bagels und mehr bis zum gewünschten Bräunungsgrad toasten. Mit der Liftfunktion können Sie Ihren Toast herausnehmen, ohne sich die Finger zu verbrennen, und die automatische Brotzentrierung sorgt dafür, dass jede Scheibe gleichmäßig gebräunt wird. Mit der Auftaufunktion können Sie auch gefrorene Brotschippen auftauen, bevor Sie sie toasten, und der Brötchen-Effsatz sorgt für zusätzliche Vielsittigkeit. Mit diesem Gerät können Sie sogar Ihre Brötchen perfekt bräunen. Colors bietet eine Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen Funktionen und Merkmalen. Von der Mikrowelle über das Dampfbügeleisen und die Kaffeemaschine bis hin zum beliebten Sandrichmöcker, Colors hat alles im Angebot. Dritte Produkt auf der Liste ist der Chlor 3310 Coolwall Toaster. Dieser zwei, Scheiben, Toaster ist mit Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung für optimale Toastergebnisse ausgestattet. Mit dem stufenlos einstellbaren Bräunungsgrad können Sie Ihren Toast ganz nach Ihren Wünschen gestalten, während die Stopptaste dafür sorgt, dass Ihr Toast nicht anbrennt. Der integrierte Brötchen-Effsatz eignet sich perfekt für die Zubereitung von leckerem Gebäck und mit der Hebevorrichtung lässt sich der Toast ganz einfach aus dem Toaster nehmen. Und das Krümelfach sorgt dafür, dass Ihre Arbeitsfläche sauber bleibt. Die Sensorelektronik, die in den Toaster integriert ist, sorgt jedes Mal für ein präzises Bräunungsergebnis. Der integrierte Brötchenwärmer eignet sich perfekt zum Aufwärmen von Frühstücksgebäck oder Croissants, bevor Sie in den Toaster gelegt werden. Slice Intelligenze Treadmark überwacht, wie jede Scheibe getoastet wird, damit jedes Stück perfekt herauskommt. Basierend auf Ihren persönlichen Vorlieben berechnet Slice Intelligenze die idealen Toast-Entstellungen für jede Scheibe. Zweite Produkt auf unserer Liste ist der Severin Automatik-Toaster. Dieser hochwertige Automatik-Toaster ist perfekt für alle, die immer perfekt getoastetes Brot wünschen. Mit der Brotscheibenzentrierung und der separaten Entriegelungstaste können Sie Ihr Toastbrot genauso toasten, wie Sie es mögen, während die einstellbare Bräunungsstiffe und die Toastseitelektronik mit Temperatursensor für gleichmäßige, konsistente Ergebnisse sorgen. Außerdem können Sie die Auftau-, Aufwärm- und Toastfunktion für eine Reihe von Lebensmitteln nutzen und das wärmeisolierte und doppelwandige Edelstahlgehäuse sorgt dafür, dass Ihre Küche immer gut aussieht. Ersparen Sie Ihren Händen das mühsame Schälen von Obst mit diesem Vontaggi Electric Food Peda. Die scharfe Klinge aus rostfreiem Stahl schält Obst und Gemüse schnell, während der weiche, bequeme Griff die Verwendung über einen längeren Zeitraum hinweg erleichtert. Sie können sogar direkt in eine Schüssel oder einen Topf schälen, um schnell etwas vorzubereiten, und wenn Sie fertig sind, lassen Sie einfach den seitlichen Griff los, um das Gerät zu stoppen. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Severin Automatik Langschlitztoster. Der automatische Langschlitztoster von Severin ist ein echter Klassiker. Er überzeugt durch sein hochwertiges Material und den perfekten Toast, dank Brotscheibenzentrierung und extra langen Schlitzen. Der Brötchen-Effsatz ermöglicht es, Brötchen oder Semmeln in der gleichen Zeit wie Brotschippen zu toasten. Das wärmeisolierende Gehäuse des Toasters schützt Ihre Hände vor Verbrennungen während des Gebrauchs. Mit der Aufwärm- und Auftauschstufe können Sie sofort nach dem Einschalten des Geräts mit dem Toasten beginnen. Ein Lämpchen zeigt an, wenn die Heizung Ihre maximale Temperatur erreicht hat, Sie können dann Ihre Toastschippen einlegen. Die automatische Toastzentrierung und die Memory-Funktion machen dieses Gerät zu einem beliebten Favoriten unter den Benutzern. Er ist Teil der Gourmet-Line von Severin und bietet daher höchste Qualität. Der 4-Scheiben-Toaster hat extra lange, 73 mm breite Schlitze, die es Ihnen ermöglichen, dicke Brotschirben oder Bagels zu verwenden. Außerdem können Sie damit gefrorenes Brot in nur wenigen Minuten auftauen, ohne dass die Feuchtigkeit verloren geht. Danke fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch den Daumen nach oben. Und wenn du neu auf unserem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.